Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mithilfe der Zweifarbtechnik ein Netzwerk aus Einzelübertragungsfunktionen relativ optisch übersichtlich zu einer einzigen Übertragungsfunktion zusammenfassen könnt. Wir haben diese Aufgabe hier gegeben. Und links kommt das Signal B von S hinein und rechts kommt das Signal X von S aus dem System wieder heraus. Wir haben hier nur zwei Blöcke, G1 und G2, aber die sind so nicht trivial miteinander verknüpft. Und zwar haben wir hier zwei Kreise und die überlagern sich hier so. So, man kann also jetzt nicht direkt hingehen und diese Kreise vereinfachen. So, deswegen gehen wir hin und nehmen uns erstmal zwei Buntstifte. In diesem Fall jetzt einen blauen und einen grünen. Und dann malen wir mit dem blauen Stift einmal den linken Kreis an. Wir markieren den und einmal den rechten Kreis mit dem grünen Stift. So, jetzt kommt der nächste entscheidende Schritt. Jetzt ziehen wir beide Kreise nach links und rechts auseinander. So, das haben wir jetzt getan. Was ist hierbei passiert und was ist hierbei wichtig zu beachten? Wir haben ja hier ein Minuszeichen, da dran stehen, oben an der Subtraktionsstelle. Und ganz entscheidend ist hierbei bei diesem Auseinanderziehen, dass sich dieses Minus auf beide Kreise bezieht. Also auf den blauen und auf den grünen. Das heißt, wir müssen dieses Minuszeichen weiter dran lassen für beide Kreise, auch wenn wir jetzt auseinandergezogen haben. Das ist oft so, fragt man sich, ist das Minus, jetzt bleibt es nur bei einem und ist bei dem anderen Plus? Nee, 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 das bezieht sich natürlich auf beide Kreise. So, und das war eigentlich so das Schwierigste. Gehen wir mal runter hier zu dieser Stelle. Hier steht ein Minus dran, hier ist also eine Subtraktionsstelle. Und hier rechts ist eine Additionsstelle, daran zu erkennen, dass hier kein Plus dran steht. Und jetzt können wir weiter noch ein bisschen aufräumen. Hier ist so ein Rest, den können wir einfach weglassen, diese ehemalige Additionsstelle. Die hat jetzt keine Bedeutung und keine Funktion mehr, also einfach weg damit. Dann sind wir mit dem rechten Kreis jetzt erstmal fertig. Und bei dem linken haben wir ja diese beiden Minuszeichen da stehen. Und die heben sich praktisch gegeneinander auf. Also ähnlich in der Mathematik, Minus 1 mal Minus 1 und gibt 1, so ist das hier auch. Das heißt, wir können also beide Minuszeichen weglassen, sie heben sich quasi gegeneinander auf. Ja, jetzt haben wir es schön aufgeräumt und können jetzt gucken, was wir hier für Konstrukte vorliegen haben. Hier haben wir eine Parallelschaltung, weil der Pfeil sowohl im oberen als auch im unteren Zweig gehen beide in die gleiche Richtung. Hier rechts haben wir eine Gegenkopplung, weil die beiden Pfeilrichtungen oben und unten in entgegengesetzte Richtungen verlaufen. In dem unteren Zweig hier steht erstmal nichts. Wir fügen hier aber mal einen Block ein mit einer 1 drin. Das macht es manchmal gerade für Einsteiger leichter, dafür die Gesamtübertragungsfunktion zu bilden. So, für die Parallelschaltung haben wir 1 plus G1 und rechts bei der Gegenkopplung haben wir G2, das stand ja in dem oberen Zweig, in dem Hinzweig, dividiert durch 1 plus G2. Das Plus, woher kommt das Plus? Bei der Gegenkopplung ist das ja so, wenn im Rückkopplungszweig mit einem Minuszeichen wieder eingekoppelt wird, also sich da eine Subtraktionsstelle befindet, dann steht hier im Nenner immer ein Plus. Ganz wichtig, häufige Quelle, dass man da etwas falsch macht. Ja, jetzt haben wir eigentlich auch schon gewonnen. Wir haben jetzt hier zwei Blöcke, die in Reihe liegen und die multiplizieren wir miteinander und sind dann noch fertig und haben jetzt hier unsere Gesamtübertragungsfunktion GS uns erarbeitet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.